Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Summer Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Roblox. Und heute bauen wir uns ein, ja, Tier-Tarcoon. Wir legen hier auch mal direkt los. Aha, jetzt muss unser Dog hier anscheinend essen. Arbeiter einstellen, okay. Hm, wir sammeln die ein. Ach, man kann die so upgraden dann, das ist ja geil. Äh, kriege ich denn jetzt auf einmal Eier? Okay. So, bei mir ist, glaube ich, früh geabgeredet, ja. Oh, was ist mit dem denn jetzt hier? Oh, hab ich kein Gehtnerfühl, perfekt. Okay, wir drehen hier mal alles ab. So. Perfekt. Okay, das hier sind also unsere Arbeiter, sag ich mal. Und was machen unsere Haustiere? Unsere Haustiere machen wahrscheinlich dann hier diese blauen Pfoten da oben. Ne, ich will hier nichts öffnen. Münz, Münz erhalten kostenlos, steht da. Du musst das, ah, ich muss das Dings beitreten, okay. Oha, wir haben jetzt erstmal Wände und eine Tür. Oha, wir haben jetzt mal eine Tür. Okay. Wir graden mal ab. Zack, 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 zack. So, einmal abgegradet. Komm, sonst ja auch mal eine Wand. Fenster natürlich auch. Hier auch noch eine Wand. Jünger, was kann man hier alles kaufen, ey? Pflanzen kaufen wir uns jetzt. Aha. Hier ist eine Garage. Oh, okay. Ah, wir haben kein Geld mehr. So schnell kann es gehen, dass wir wieder arm sind. Aber da sind schon wieder 21.000 Points. Ich weiß immer noch nicht, wo ich mit dem Typen hier hin soll. Na, man kann hier immer nur einen nehmen. Warte mal. Oh. Egal. So. Okay, also kaufen wir 28.000. Okay, jetzt sitzen die da rum drauf. Alles klar. Warte mal. Warte mal. Ich kann hier einen wieder hin rufen. So. So, Werkzeug. Nächste Etage kaufen. 25.000. Okay. Aha. Hier kann man für diese Pfoten dann praktisch Eier kaufen. Okay. So. Nächste Etage. Bekauft. Ah, und hier kann man jetzt auch natürlich direkt wieder upgraden. Jo, das ist schon teuer hier oben. Das wird jetzt richtig teuer. Aber das macht nichts. Wand kaufen. Kaufe Haustier. Hüpf ruhig. Für 19.000. So. Okay. Okay. Also hier kann man auch 55 Dingens anscheinend hin machen. Ich glaube, wir sollten uns einfach mal Eier hauen, oder? Hier so für 500. Ja, für 500 können wir hier mal eins öffnen. Party-Äschen. Okay. Was kann der? 14 Kraft hat der. Okay. Okay. Wir haben unsere ersten 100.000 gehabt gerade. Okay. Hier ist natürlich schon alles teurer, wie man sieht. So. Da ist auch noch eine Wand, die man kaufen kann. 6.000 auf 100. So. 6.000 auf 100. Achso, hier. Schau mal, was? Interessantes Game auf jeden Fall. 24.000 kostet die nächste Wand. Können wir auch mal wieder upgraden. So. Zack. Elevator kaufen. Was ist das denn? Das klingt, als wenn das ein Fahrstuhl wäre. 31.000 kostet das Fenster. Okay, so. Bam. Nächste Etage kaufen 340.000. Haustier Sandkasten kaufen. 58.000, okay. Yo, 1.100 kostet jetzt das nächste Upgrade. Nein, ich kaufe mir nochmal hier das ja für 48.000. So. Wie viel macht er plus? Plus 14 macht er, okay. Der macht plus 5. Ja, wir müssen jetzt warten, bis wir erstmal 110.000 Dinger kriegen. Ah, und wir sollten wieder ein Ei öffnen. Öffnen wir mal wieder ein Ei. Wieder Partiers sind... Okay, ersetzen gegen... Ersetzen gegen... Der macht mir jetzt plus 38. Ah, alles klar. Ich glaube, ich mache hier mal den 38er rein. Und hier kommt jetzt... Nein! Ey! So, du kommst jetzt hier hin. Und der kommt hin. Ja, jetzt. Jetzt ist es richtig, okay. Perfekt. So, und der Noob. Kommt jetzt da rein. Perfekt. So, jetzt haben wir unsere Haustürer hier beschäftigt. Jetzt gehen die mir auch nicht mehr auf den Sack. Aber wir müssen gleich mal den Elevator hier kaufen. Oder was auch mal das sein soll. 220.000, okay. Okay, so, wir haben jetzt 20.000... Äh, jetzt haben wir 20.000. Zack. Ah, der funktioniert sogar. Das ist geil. Der funktioniert, okay. Gehen wir mal in den Spielbereich. So. Okay, Leute, ich würde aber auch erst mal sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Userver vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ihr habt ein Brauerpark. Haut rein und euer Sandro. Ciao, ciao. Doe. Bis zum nächsten Mal. Okay, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.